Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Healthy Happy Family. Ich freue mich, dass du da bist und möchte mich mal kurz vorstellen. Ich bin Moana, Mama von zwei kleinen Jungs und ich blogge seit 2016 auf meinem Blog www.missbroccoli.com über die gesunde Ernährung. Angefangen hat es mit Babybrei, weil ich damals für die vegetarische Beikost fast nichts gefunden habe. Inzwischen ist der Blog natürlich gewachsen und enthält ganz viele Kleinkindrezepte, aber auch Rezepte für Mamas und Themen, die sich rund um den Mama-Alltag drehen. Natürlich auch Erziehungstipps und alles rund um den Esstisch. Seit etwa einem Jahr mache ich nun diese Coachings. Ich bin auch Ernährungscoach, weil ich immer mehr Fragen bekommen habe zur vegetarisch-vegan-Ernährung von kleinen Kindern und auch immer mehr Fragen beantworten musste. Und dann dachte ich, ich muss jetzt als Expertin mich noch weiterbilden, damit ich diese Informationen, die ich mir sehr lange und ausgiebig angeeignet habe, dass ich die einfach auch als Expertin zu weitergeben kann und habe eine Ausbildung zum Ernährungscoach gemacht. Ja, und eben seit über einem Jahr jetzt mache ich diese Ernährungscoachings und zeige Familien, wie sie sich gesund und ausgewogen ernähren, wie sie sich vegetarisch und vegan ernähren, ohne dass sie einen Mangel bekommen, auf welche Nahrungsergänzungsmittel man achten sollte und auch von Anfang an auf was man achten sollte, damit ein Kind gesund ernährt wird und auch was zum Beispiel gesunde Süßigkeiten sind. Mein Fokusthema sind die Kinder, die kein Gemüse essen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute geht es darum, wie das Essen am Tisch etwas entspannter wird und gerade mit einem Picky-Eater, mit einem wählerischen Kind, einfach eine schönere Umgebung gestaltet werden kann, damit sich das Kind auch etwas wohler fühlt. Denn oft ist es so, dass Kinder, die Picky-Eater sind, die ganze Tischsituation wahrscheinlich gestresst ist, Mama, Papa vielleicht frustriert sind, auch das Kind unter Stress steht und deshalb die ganze Esssituation nicht mehr entspannt und schön ist für alle in der Familie. Und hier kommen mal einige Tipps, die du überlegen kannst, was du davon mitnehmen kannst und bei euch umsetzt. Vielleicht musst du nur kleine Schrauben drehen, vielleicht nur was Kleines ändern und vielleicht öffnet es dir auch die Augen. Ich sitze übrigens hier in meinem Büro und draußen ist es am Gewittern. Ich hoffe, du hörst es nicht zu stark, wenn da jetzt der Donner kommt. Und ja, ein schönes Sommergewitter. Also gut, ja, ich glaube, alle kennen das. Alle kennen das, wenn die Kinder mal gestresst am Tisch sind, wenn sie vom Tisch gehen, hin und her kommen, so ein Hin und Her isst, wenn die Kinder auch mal nicht hungrig sind und dann nicht wirklich essen, wenn sie, ja, wie sagen wir, in der Schweiz blödeln, sagen wir. Also wenn sie so richtig doof, doofes Sachen machen oder einfach, ja, Mist machen, wenn sie nicht mehr essen wollen, sondern gerade Geschwister dann nur noch lachen und ja, man merkt einfach, sie mögen nicht. Also ganz, ganz wichtig ist, dass man schaut, dass die Kinder hungrig sind und das hängt dann oft mit den Snacks zusammen. Mein erster Tipp ist deshalb, schau mal, wann hattet ihr die letzten Snacks, wann haben die Kinder was gegessen Was war es? War es vielleicht zu viel Süßes oder zu wenig? Sind sie zu hungrig, dass sie gar nicht mehr mögen? Das gibt es auch. Oder zu müde. Oft aber haben sie einfach nicht wirklich Hunger, weil sie falsche Sachen gegessen haben. Und dass vielleicht auch der Snack zu nah am Abendessen war. Oft ist es bei picky eating ja das Abendessen, das das schwierigste Essen am Tag ist. Meistens essen sie am Morgen relativ gut. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass man auch immer zu einer gewissen Zeit am Abend isst und die Kinder das wissen. Vielleicht erstellst du auch einen Tagesplan und einen Tagesablauf und schaust das mit den Kindern an. Gerade wenn es oft ein Schwanken gibt von einmal essen wir um 6 Uhr abends, einmal erst um 7, dann kann das für Kinder ein Problem sein, gerade für picky eater, weil sie nie wissen, wann es die nächste Mahlzeit gibt und gerade auch das Hungergefühl oft dazwischen spielt. Und dann hat man wieder diese Situation, die nicht sehr schön ist und Stress am Tisch. Sag auch immer, es gibt jetzt dann Essen, sag dem Kind, es geht noch 10 Minuten, auch wenn es nicht weiß, was 10 Minuten sind, es geht nicht mehr lange, dann gibt es etwas. Und wenn jetzt ein Kind völlig am Verhungern ist, lass es mithelfen oder lass es ein bisschen Gurke schneiden und dann kann es ein bisschen Gurke essen oder Apfel. Aber ich würde da jetzt nicht irgendwie noch Brot und solche Dinge auftischen und dem Kind schon geben, weil sonst ist es dann wirklich nicht mehr gut. Auf jeden Fall macht es immer Sinn, die Kinder mithelfen zu lassen, sie zu involvieren. Da fühlen sie sich auch gebraucht und viele Kinder machen das ja auch sehr gerne. Indem auch die Kinder wissen, wo das sie Teller und Gabeln haben, wo sie ihre Sachen finden oder vielleicht den eigenen Teller auswählen, vielleicht haben sie mehrere Teller, dann haben sie auch Freude und freuen sich aufs Essen. Und ich würde auch nicht sagen, heute gibt es jetzt Paprika und Tomatensauce. Magst du das? Sondern magst du lieber den Brokkoli oder willst du viel Reis auf deinem Teller? Frag solche Fragen und zeig dem Kind schon mal oder bereite es darauf vor, was es zum Essen gibt. Es darf auch in die Töpfe schauen. Und wenn es dann sagt, das will ich nicht, das will ich nicht, dann sagst du kein Problem. Es hat ja was dabei, das du vielleicht magst. Es hat sonst noch ein Stück Gurke oder Apfel, das ich dir auf den Tisch stellen kann. Und den Brokkoli hast du ja letztes Mal gegessen oder Reis magst du ja sonst auch immer. Da hat es ja genug dabei. Da findest du schon was. Sei ruhig und geh nicht darauf ein, wenn das Kind etwas sagt. Das mag ich nicht, das will ich nicht, da komme ich nicht an den Tisch. Einfach nicht diskutieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht auf die negativen Dinge und Gefühle achten und den Fokus legen, sondern auf die guten Dinge. Sondern ja, einfach auch positiv über das Essen sprechen und sagen, ja komm, wir sitzen jetzt alle an den Tisch. Wir mögen das, dass wir zusammen sprechen können, über den Tag erzählen können und einander vielleicht auch, ja, updaten. Vielleicht erzählt das Kind etwas vom Kindergarten und dann geht es auch gar nicht so fest ums Essen und ganz, ganz wichtig, beobachte dein Kind nicht die ganze Zeit. Diskutiert auch nicht, was man essen sollte. Diskutiert nicht, das hast du noch nicht gegessen, das, probiere noch das. Wenn sich alles nur darum dreht, ist die Situation wieder gestresst von allen Seiten und dann ist man wieder frustriert. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man auf die spaßigen Dinge achtet, dass man aufs Zusammensein, auf die Familienzeit am Tisch achtet. Und wenn das Kind dann nach 15 Minuten aufstehen möchte, dann ist es auch völlig okay, ein Kind in diesem Alter, so zwischen zwei, drei bis sechs, kann gar nicht so lange am Tisch sitzen, wie die Eltern das vielleicht mögen. Dann ist es ja völlig okay, wenn es vom Tisch geht und schon mal spielen geht. oder beide Kinder, wenn man zwei hat oder drei. Vielleicht müssen sie aufeinander warten, aber vielleicht dürfen sie schon vorher gehen. Einfach nicht so ein Hin und Her, das würde ich sagen, ist nicht sehr optimal. Das kann man auch als Tischregel einführen, dass man sagt, wenn man fertig ist, kann man vom Tisch gehen, aber man kommt nicht hin und her und hin und her. Das bringt so eine Unruhe in den Tisch, an den Tisch. Genau. Und ja, ganz wichtig vielleicht, dass sie auch noch mal am Ende den Teller abräumen und so noch mal helfen. Auch das ist wichtig, dass man da das Kind ins Familiengeschehen involviert, dass jeder auch eine Aufgabe hat und genau, dass sie so mithelfen können. Ganz wichtig ist auch, dass man keine Medien am Tisch hat, dass man nicht sicher kein iPad, auch keine Handys, also da müssen sich die Eltern natürlich drauf, ja, das müssen die Eltern berücksichtigen. Auch keine Kinderbücher und kein Spielzeug. Da kann man ja sagen, das Spielzeug wartet drüben im Wohnzimmer oder das wartet unten auf dem Boden und bis du fertig bist, das nimmt niemand weg und dann kannst du spielen gehen oder das Spielzeug ist auch am Boden irgendwas und so sollte es hoffentlich klappen, dass das Kind nicht den Stress hat, dass es schon wieder spielen gehen muss. Das ist ganz wichtig. Was man auch machen kann, wenn ein Kind sehr oft sagt, das will ich nicht, dass man das Kind mitentscheiden lässt, was es essen möchte und da mal das eine oder andere mit berücksichtigt. Dem Kind aber auch sagt, schau mal, ich mag zum Beispiel das, ich mag jetzt den Quinoa oder ich mag jetzt einfach Aubergine und ich mache mir das auch und du musst es ja überhaupt nicht essen, du kannst probieren, wenn du möchtest, aber ich mag das wirklich sehr gerne und deshalb koche ich das auch. Das sollte auch helfen, so den Druck rauszunehmen und ja, extra kochen ist auch sowas. Extra kochen bringt Stress für dich und für die ganze Tischsituation. Deshalb würde ich unbedingt kein extra kochen einführen oder das wieder abschaffen. Du kannst, wenn es sein muss, ein Stück Brot hinlegen, aber wenn du immer noch aufstehen musst oder schon vorher doppelt kochen musst, ist das wirklich nur Stress. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Wenn du jetzt immer noch denkst, da kann ich gar nichts ändern oder unsere Tischsituation ist so gestresst und es ist so ein Teufelskreis, also wir kommen da nicht raus, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Ich schaue das an, ich analysiere das, ich habe viele Tipps, die dir helfen und kann dir wirklich helfen, dass die Situation wieder stressfrei wird. Da habe ich ganz gute Erfahrungen schon gemacht mit vielen Familien und auch, welche Strategien es gibt, damit dein Kind wieder mehr probiert, Neues probiert oder mehr Gemüse isst. Auch da kann ich dir auf jeden Fall viel mitgeben, viele Inputs geben. Also melde dich sehr gerne unter www.healthyhappyfamily.ch slash buchen. Kannst du direkt einen Kalendereintrag buchen und dann schauen wir mal, wo du stehst und ich höre mir deine Geschichte gerne an. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör dir auf jeden Fall auch die anderen Aufnahmen an. Es gibt schon einiges zum Thema Essen mit Kindern und wie Kinder mehr Gemüse essen und auch verschiedene Interviews. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify und empfehle mich gerne weiter. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und du hast viel gelernt oder auch neue Inputs bekommen. Ich freue mich, wenn du mir auf Facebook unter Miss Brokkoli folgst oder auf Instagram underline Miss Brokkoli und natürlich auch meinen Blog www.missbrokkoli.com aufsuchst für noch mehr Rezepte und Inputs. Wenn du ein willerisches Kind hast, wenn du abnehmen möchtest, gesund erleben oder einfach wissen willst, ob du dich gesund ernährst, mit den Nährstoffen richtig versorgt bist, kannst du dich jederzeit für ein kostenloses Kennenlerngespräch melden unter www.healthyhappyfamily.ch Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich,